Was war das für ein Bitcoin-Pump? Geht es jetzt nach oben? Geht der Bullenmarkt wieder los oder ist das ein Fake-Pump? Außerdem neue Daten und neue Erkenntnisse zur Miner-Kapitulation. Die größten Miner gehen aktuell pleite. Trotz dessen steigt die Hash-Rate. Ein Krieg, der so aktuell genau vor unseren Augen passiert, was er bedeutet. Und warum trotz des Zusammenbruchs unserer Realwirtschaft aktuell der Bitcoin das heißeste Investment überhaupt ist in der heutigen Folge Crypto-News. Falls du noch auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da. Hier findest du alles rund um das Thema mit Kryptowährungen und natürlich auch Makroökonomie und Wirtschaft. Und damit würde ich sagen, let's do this. Ja, liebe Freunde, da bin ich zurück. Sorry, es gab ein bisschen länger kein Video. Ich versuche ab jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig wieder Videos hochzuladen. Deshalb ein Abo dalassen. Ich war ein bisschen am Reisen, geschäftlich. Es kommen unfassbar coole Dinge auf euch zu, aber ich werde heute vor allem erstmal auf den Bitcoin-Pump, den wir jetzt über die letzten Tage gesehen haben, eingehen. Und meine Meinung dazu sagen, was ist da passiert? War es ein Fake-Pump? Woran lag das? Als nächstes werden wir über die gesamte These, die ich ja in dem letzten Video so ein bisschen aufgerollt habe, sprechen. Stecken Regierungen oder regierungsnahe Organisationen hinter dieser Bitcoin-Akkumulation, die aktuell passiert. Da gibt es interessante Wendungen, auf die aktuell keiner schaut. Plus die Realwirtschaft, die aktuell eben am Zusammenbrechen ist. Was macht der Elefant im Raum? Die Fed. All das in der heutigen Folge. Fangen wir aber erstmal mit dem Bitcoin-Pump an. Was haben wir gesehen? Wir haben beim Bitcoin und im gesamten Kryptomarkt einen kleinen Pump gesehen. Über die letzten paar Tage hinweg in Höhe von 10%. Etärum teilweise 15%. Und was wir gleichzeitig auch gesehen haben, ist ein neuer, sagen wir mal Monatsrekord, weil er eben so wenig in letzter Zeit passiert ist. An Volatilität, der Bitcoin sich nur seitwärts bewegt hat, in Höhe von Liquidation über eine Milliarde Dollar über Nacht. War das jetzt ein Fake-Pump? Was ist da genau passiert? Also erstmal, was wir feststellen können, diese Liquidationen, die passiert sind, wurden bewusst ausgelöst. Das ist immer so beim Bitcoin. Die Leute mit dem größeren Geld jagen das Geld der kleineren Leute. Und deshalb, dementsprechend gab es wohl viele Short-Positionen, die beim Schwellenbereich 20.000, 21.000 ausgelöst wurden, wodurch eben Liquidität freigesetzt wurde in den Markt. Und das wird auch so weiter passieren, denn der Markt chased, sucht immer die Liquidität. Die nächste Liquiditätsbereiche, die wir haben, ist vor allem hier dieser Bereich, 23.000 Dollar. Aber das größte Gap, die größte Liquidität, die freigesetzt werden könnte und sollte, vor allem auch in den nächsten Monaten, liegt in diesem 28.000 bis 31.000 Dollar Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt da hochsteigen in naher Zukunft, der Bitcoin hier plötzlich astronomisch pumpt, wir unglaublich viele Liquidationen bekommen, heißt es nicht, auch wenn wir dann jetzt erstmal hier über das Bullen-Market-Support-Band und über das 200er Weekly Moving Average dann kommen, dass der Bullen-Markt dann sofort losgeht. Es kann sein, dass wir wirklich die verrückteste Price-Action kriegen, so etwas hier drüber, 31k und dann vielleicht nochmal tiefer fallende Kapitulationen sehen, entsprechend was eben in der realen Welt passiert, entsprechend ob eine Kriegseskalation passiert und so weiter. Ich sage nur, dass so etwas, wie es jetzt gerade passiert ist, in deutlich größerem Umfang nochmal passieren kann in naher Zukunft, vor allem targetiert an diesen Bereichen, 30.000 Dollar. Aber wenn wir rauszoomen, dann hat sich ja bisher immer noch nicht so richtig irgendwas verändert. Bitcoin intrinsisch, wenn man aber hinter die Fassade schaut, hat sich so einiges verändert. Wir haben ja im letzten Video über die Bitcoin-Miner und die Hashrate, den Anstieg der Hashrate gesprochen. Hier könnt ihr das Ganze nochmal sehen, der Bitcoin ist zwar um knapp 30% gefallen, die Hashrate ist in dieser Zeit aber um 50% gestiegen und das, obwohl der Kurs so niedrig ist. Was aktuell vor unseren Augen sichtbar ist und passiert ist, dass die größten Bitcoin-Mining-Unternehmen pleite gehen. Ja, richtig gehört, sie gehen pleite. Das hat drei Gründe. Der erste Grund ist, dass die Mining-Difficulty aufgrund der Hashrate, die ja eben so krass explodiert ist und die Mining-Difficulty passt sich ja entsprechend der Hashrate an, wie ihr hier erkennen könnt, am Steigen und am Steigen ist, der Bitcoin-Kurs aber weiterhin niedrig bleibt. Das heißt, es wird schwieriger Bitcoins zu minen und es wird teurer Bitcoins zu minen in dem Sinne, aber der Bitcoin bleibt gleich. Das liegt dem zugrunde, dass eben die Hashrate diesen unglaublichen Anstieg plötzlich verbucht hat. Ihr seht jetzt hier in letzter Zeit so einen kleinen Rollback wieder. Der Grund dafür ist, weil eben aufgrund dieser erhöhten Difficulty Adjustment Mining-Unternehmen, große, gigantische Mining-Unternehmen plötzlich pleite gehen. Hier seht ihr Core Scientific, eines der größten Mining-Unternehmen, einfach mal 70% Kursverlust innerhalb eines Tages. Core Scientific war der größte öffentliche Bitcoin-Miner nach der Hashrate und ist komplett ineinander zusammengebrochen. Das Gute an dem Ganzen ist, dass sie schon damals im Juni 7200 Bitcoin verkauft hatten und jetzt wortwörtlich nur noch 24 Bitcoin übrig hatten, bevor sie dann einfach übermorgen 70% gecrashed sind, weil sie eben pleite gegangen sind. Ihr seht es hier nochmal, 24 Bitcoin nur noch Holdings left. Was passiert, wenn sie keine Bitcoins mehr haben? Die ASIC-Miner, der Wert der Miner quasi auch am Fallen ist, das heißt sie noch weniger Loans, Collateralized Loans für ihre Miner bekommen, nicht mehr ihre Miner nutzen können, um eben Kredite zu kriegen, keine Bitcoin mehr haben, um sie verkaufen zu können und dann sogar der Aktienkurs fällt, das heißt absolut Liquidität genommen, das Ganze bricht zusammen. Und wir erleben aktuell eben diese Kapitulation. Wir können es auch an der Miner-Net-Position-Change erkennen, das heißt die Bitcoins, die die ganzen Miner besitzen, in zwei Wellen jetzt. Es ist wieder am ansteigen, die Bitcoins werden wieder abgestoßen. Vergleichsweise schaut mal hier die Miner-Kapitulation in unserem Bottom, wo wir 30k berührt haben, viel, viel kleiner als jetzt. Und wenn wir auf alle Mining-Unternehmen gucken, alle größten, auch Riot und so weiter, auch diese noch profitablen Unternehmen können aktuell nicht den Bitcoin outperformen. Da stellt man sich die Frage, wie kann das alles miteinander funktionieren? Wie kann es sein, dass irgendwer, und wir wissen nicht wer, aus dem Nichts kommt, anonym die Hashrate so stark plötzlich hochpusht, was dann dazu führt, dass andere Miner kapitulieren müssen, die nicht nur irgendwelche kleinen Miner sind, sondern die größten öffentlichen Miner? Was geht hier vor sich? Und dafür gibt es verschiedene Thesen. Eine These davon, die aktuell vor allem auf Twitter die Runde macht, ohne jetzt hier für irgendetwas oder gegen irgendetwas zu sprechen, ist, dass dieser enorme Anstieg der Hashrate aufgrund von einem oder mehreren gut kapitalisierten Spielern passiert, um ineffiziente Miner zu verdrängen und ihre Vermögenswerte billig im Rockefeller-Style zu erwerben. Das heißt, eine erzwungene Kapitulation. Denn normalerweise, wie ich es ja bereits schon erwähnt habe, während eines Bärenmarktes, während der Kurs sich so lange seitwärts bewegt, in der Historie des Bitcoins, gab es noch nie so einen Anstieg, gemessen in der Hashrate. Und die ganzen öffentlichen Miner, wie er auch hier nochmal hinzufügt will, Klemente, haben die Fähigkeit, immer weniger und weniger überhaupt Assets oder irgendwelche Werte als Collateral zu nutzen, auszuleihen, um einfach mehr Kapital zu kriegen, um eben zu floaten. Ihr Equity ist down, sie haben keine Bitcoin mehr auf der Balance Sheet und auch ihre Maschinen, die Mining-Geräte, sind weniger wert. Rein neutral, rein objektiv, rein datenbasiert können wir feststellen, dass irgendein großer Spieler ins Game gekommen ist, der andere Spielregeln hat als die anderen, ganz, ganz viel Kapital hat, vermutlich auch unglaublich geringe Stromkosten hat und aktuell aktiv dabei ist, andere Miner zu verdrängen. Was passiert, wenn du andere Miner verdrängst aus dem System? Dein Anteil, den du im System hast, wird ja noch wertvoller an Power. Es geht hier um Macht, es geht hier nicht um Bitcoins an sich, denn das Kapital, was hier genutzt wurde, um das aufzubauen, hätte man ja auch eigentlich einfach nutzen können, wenn man an den Bitcoin glaubt, um Bitcoins zu kaufen, was vielleicht sogar spekulatorisch betrachtet sinnvoller gewesen wäre. Aber hier geht es nicht nur um Bitcoin, es geht hier nicht um Profit, es geht hier um etwas anderes, es geht hier dabei um Netzwerkkontrolle. Um jetzt mal zurückzukommen zur These, ob eben Regierungen dahinter stecken, wer ist der Miner, beziehungsweise welche Miner sind dafür verantwortlich, dass vor allem die Hashrate so stark gestiegen ist? Und da fällt einem, wenn man viel Research betreibt, vor allem ein Mining Pool, der plötzlich innerhalb der letzten zwei Jahre aus dem Nichts gekommen ist, immer wieder ins Auge. Und zwar handelt es sich dabei um Foundry USA. Seit Dezember 2021 sind sie der größte Bitcoin-Mining Pool mit dem größten Wachstum überhaupt. Wenn wir uns jetzt hier mal die Live-Daten anschauen, aktuell hat Foundry USA 27, ganze 27,6% des gesamten Netzwerks. Das ist unglaublich viel, vor allem weil Endpool oder F2-Pool schon viel länger existieren, teilweise sogar die Miner selber produzieren. Wie kann das sein und wer steckt dahinter? Weiß man das? Tja, das ist das Problem an dem Ganzen. Man weiß es nicht. Wir wissen nicht viel über Foundry USA. Wenn wir auf die Seite von ihnen gehen, ist das hier wortwörtlich das Einzige, was wir sehen. Foundry USA Pool, finally a US-based, truly institutional-grade Mining Pool brought to you by Foundry. Dann gibt es hier einen Login-Button, dass man sich als Kunde einloggen kann. Aber das war's. Nicht mehr, nicht weniger Informationen. Man versucht Recherche zu betreiben, findet dann heraus, okay, welcher Firma gehört das. Aber wer tatsächlich investiert ist, wer die Miner sind und wer das Kapital gegeben hat für diese Miner, findet man nicht heraus. Deshalb wird auch auf anderen Seiten, wenn wir uns die Hashrate-Distribution anschauen, 47,8% der Hashrate als unbekannt angegeben, weil wir nicht wissen, wer dahinter steckt. Wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen, dass die Beschaffung von Bitcoin über Miner die absolut anonymste jemals ist, weil du keine Transaktionshistorie hast, bei der du irgendwie mit Data-Hashing, Data-Mining herausfinden könntest, woher diese Bitcoins kommen. Das heißt, das würde ja schon mal im Interesse einer Regierung liegen, wenn sie quasi, ohne dass irgendwer es mitbekommt, Anteile am Bitcoin-Netzwerk bekommen möchte oder Bitcoins bekommen möchte, ohne dass irgendwer das weiß. Dann würde man diesen Weg einfach logisch betrachtet, auf jeden Fall mit Minern gehen. Jetzt ist die Frage, vielleicht liegen da ja auch einfach Leute hinter, die einfach sehr, sehr stark ins Bitcoin-Netzwerk glauben, viel Kapital haben und einfach ins Netzwerk investieren wollen. Und um das mal so ein bisschen noch mal von der anderen Seite zu beleuchten, hier ein Rentabilitätsrechner. Wir haben jetzt hier eingetragen, den aktuell neuesten, besten und profitabelsten Bitcoin-Miner, der Endminer S19XP mit Stromkosten von nur 0,05 Cent, habe ich jetzt hier eingetragen. 0,05 Cent pro Krivatstunde ist schon unglaublich gering. Die meisten Miner haben nicht mal Zugriff darauf, aber schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an, klicken hier auf Berechnung und was wir jetzt hier erkennen können, ist, dass dieser Miner ungefähr 0,011 Bitcoin pro Monat verdient, sprich 238,49 Dollar verdient. Der beste Miner aktuell bei Stromkosten von 0,05 US-Dollar. Natürlich, wenn wir jetzt hier auf 0 Stromkosten gehen, dann sieht es ganz anders aus. Dann verdient er 350 Dollar, aber wir lassen es mal erstmal bei 0,05 Cent und ich öffne einfach mal meinen Rechner, den ich hier für uns vorbereitet habe, denn der Preis aktuell von diesem Miner liegt ungefähr durchschnittlich bei 7,500 Euro. Wir können auch 6,500 Euro nehmen, es ändert nicht viel. Da habe ich jetzt einfach mal eingetragen, diese 7,500 Euro geteilt durch eben das, was er im Monat verdient. Das heißt, diese 237 Dollar, das fluktuiert ja etwas. Wenn man davon ausgehen würde, dass der Kurs quasi gleich bleibt, vielleicht fällt er ja, man weiß es ja nicht, aber wenn man davon ausgehen würde, dass es gleich bleibt, dann würde man innerhalb von 31 Monaten, 31,6 Monaten das Ganze abbezahlen. Umgerechnet in Bitcoin, diese 7,500 US-Dollar wären 0,37 Bitcoin, wenn man sie nicht in den Miner stecken würde, sondern in Bitcoin. Und diese 0,37 Bitcoin würde man eben in 31,62 Monaten erreichen. Was bedeuten 31,62 Monate? Das bedeutet, dass man in 2,64 Jahren quasi den Miner abbezahlt hat. Jetzt ist die Frage, wenn man ins Netzwerk glaubt und so sehr glaubt, dass man jetzt gerade bei diesem Tiefpunkt anfängt, einen Miner zu kaufen, warum sollte man dann nicht einfach Bitcoins kaufen? Denn der Vorteil darin, jetzt statt den Miner für 7,500 Dollar zu kaufen, dann noch Stromkosten zu betreiben, das Ganze aufzusetzen und so weiter und so vor, ist nicht so gewaltig, wie wenn man einfach jetzt 0,37 Bitcoin für 7,500 Dollar kaufen würde, denn man hat viel mehr Flexibilität. Nach 12 Monaten hast du erst mit dem Miner 0,14 Bitcoin verdient. 0,14 Bitcoin sind aktuell 2,800 Dollar. 0,37 Bitcoin, wenn man sie jetzt direkt kauft, sind 7,500 Dollar. Was, wenn der Bitcoin innerhalb dieser Zeit springt? Und wir wissen, so volatil wie der Bitcoin ist, kann das immer wieder und immer wieder passieren. Das heißt, wenn der Bitcoin sich in 12 Monaten verdoppelt plötzlich, dann hat man, wenn man Bitcoins gekauft hat, 15,000 Dollar. Wenn man aber den Miner gekauft hat, hat man 5,000 Dollar in Bitcoin, vorausgesetzt man hat die Bitcoin auch behalten und nicht direkt abgestoßen, um seine Running Kosts zu tragen. Vorausgesetzt man hat sie behalten, hat man dann 5,000 Dollar statt 15,000 Dollar und einen Miner rumstehen. Jetzt frage ich euch, opportunitätskostentechnisch, wenn du weißt, dass der Bitcoin volatil ist und du viel Kapital zur Verfügung hast, wirst du dann eher das machen oder das machen? Meiner Meinung nach, rein logisch gesehen, in Anbetracht dessen, das ist eben das Mining, der Vorteil ist, dass es anonym ist, plus du Kontrolle am Netzwerk kriegst, würde ich das einer Gruppe an Interessenträgern, sage ich mal, am ehesten zuschreiben, die quasi jetzt nicht in der Lage sind, einfach mal für 10 Milliarden Bitcoins kaufen, weil es auffallen würde. Das sind alles merkwürdige Anzeichen. Ich weiß, ich habe jetzt keine Leaks hier gezeigt oder so, auch wenn es welche gibt. Ich habe einfach nur auf meinem Twitter nach dem letzten Video getweetet, Seeing the obvious ist often harder than seeing the hidden. Und dazu habe ich dann diese vier Bilderreihe dazu gepostet. Einmal diesen Artikel hier, Foundry launches Bitcoin Mining Machine Marketplace, US Pool becomes the world's largest miner. Das war im Dezember. Als nächstes, while known mining pools currently dominate, unknown miners discovered the most Bitcoin blocks during the last 13 years. Also Miner, von denen wir gar nicht wissen, wer sie sind. Und als nächstes Bild hier ein Auszug aus dem sogenannten Bitcoin Forum aus dem Jahr 2011. Als der Bitcoin noch ganz frisch war, damals hat der Mitentwickler Gavin Andresen gepostet, dass er die CIA besuchen wird, weil sie sich bei ihm gemeldet haben. 2011, das ist legit, das könnt ihr nachvollziehen, das könnt ihr überprüfen, das ist öffentlich, ich leake hier gar nichts. 2011 hat sich die CIA bereits schon an einen Bitcoin-Entwickler gewendet. Und wenn ihr jetzt noch weiter in dieses Thema dickt, und dafür bin ich das jetzt nicht meine Rolle, meiner Meinung nach, bin ich dafür da, euch diese Thesen zu erklären. Ihr solltet euch aber selber eine Meinung bilden. Gibt es Interviews, ich weiß nicht, ob sie noch verfügbar sind, von den größten amerikanischen Mining Companies, wie beispielsweise Riot oder Blockware, wo dann offen darüber gesprochen wird, dass die CIA beispielsweise damals nicht das Budget hatte, beziehungsweise nicht das Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat, von der US-Regierung Bitcoin zu kaufen, aber zur Verfügung gestellt bekommen hat, um Hardware zu kaufen und damals schon Bitcoin gemeint hat. Wenn die CIA schon 2011 Bitcoin gemeint hat. Ich glaube, jetzt wird alles zu selbsterklärend und zu wischiwaschi. Ich will jetzt hier keine Verschwörungstheoretiker-Nische abdriften. Ich glaube, ihr solltet euch einfach die öffentlichen Daten anschauen und euch selber eine Meinung dazu bilden. Ja, es gibt effizientere Miner. Ja, die werden jetzt erst alle ausgeliefert. Aber dieser Anstieg in diesem Verhältnis, in dem wir es haben zum Kurs, zur Gesamtlage, zu den Gesamt-Terrahash, macht so eigentlich, wenn man es einfach nur rein logisch betrachtet, keinen anderen Sinn. Aber ich sage natürlich nicht, hey, die US-Regierung steht dahinter oder die Regierung, weil ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass eine andere Regierung unter diesem Deckmantel Foundry USA das Ganze denen unter den Schuhen stecken möchte. Oder auch anders. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Was ich mir als Fazit aus dem letzten Video als Fazit gezogen habe, ist, dass wir erkennen können, dass auf jeden Fall die größte Akkumulation von Bitcoin und Kontrolle über das Netzwerk stattfindet. Das ist ein Fakt. Und das, obwohl wir uns in so einer turbulenten Phase befinden, obwohl alle Märkte quasi zusammenbrechen. Wir können jetzt mal einen Blick werfen auf die Realwirtschaft. Höchste Inflation seit 40 Jahren. Krieg in Europa. Realwirtschaft ist am Abfallen. Google minus 6 nach ihren Earnings Reports. Meta, Facebook minus 20% nach ihren Earnings Reports. Amazon, das fünftgrößte Unternehmen der Welt, 17% Verlust in einem Tag. Die Zeiten sind wahrlich verrückt. Während all diesen Tumulten, wollt ihr mir jetzt erzählen, gibt es da plötzlich so viele Unternehmen, die plötzlich das ganze Kapital haben, jetzt einfach mal so nebenbei, während auch dieser Energiekrise, die wir überall global eigentlich haben, ihr Mining richtig schön auf das nächste Level zu skalieren. Auf ein Level, was wir so bisher noch nie gesehen haben. Ich halte das allein infrastrukturell für Schwachsinn. Wenn man denkt, dass infrastrukturell ein Land das einfach so mal zulassen würde, ohne da in irgendeiner Weise mal mindestens einen kleinen Einblick beziehungsweise auch einen kleinen Eingriff zu tätigen. Was sagen uns jetzt diese ganzen Daten? Im Grunde genommen meiner Meinung nach nicht viel, um jetzt mal hier auf die Makrolage zurückzukommen, denn die entscheidet ja, was auch mit dem Bitcoin-Kurs als nächstes passiert. Ich glaube, dass das die letzten Anzeichen für das Bottom sind, wenn wir uns in die Vergangenheit einen Blick wagen zu schauen, dann können wir erkennen, dass immer in den ganzen vergangenen Rezessionen, Rezessionskrisen, die Earnings schlechter waren, als wir das Bottom schon erreicht haben. Das heißt, sie sind teilweise sogar noch tiefer gefallen. Das könnt ihr hier an diesem roten Kurs erkennen. Ob es 2007 war bei der globalen Finanzkrise, ob es bei der Covid-Pandemie war oder sogar 1957 in der Eisenhower-Rezession oder Stagflation 1970, es ist immer verzögert und die Aktienmärkte sind meistens die Märkte, die als erstes quasi das Bottom finden, bevor die Realwirtschaft quasi ihr Bottom findet, wenn man das Ganze so sagen möchte. Und ob die Realwirtschaft ihr Bottom findet, das werden wir bald sehen. Was für uns wichtig ist, ist, was passiert mit dem Ölpreis? Fällt er weiter? Wäre das positiv? Was passiert mit der Inflation? Und vor allem, wie reagiert die FED? Denn da sind jetzt alle Augen drauf. Die FED ist der Elefant im Raum. In fünf Tagen ist das FOMC-Meeting. Wenn wir in unseren Kalender schauen, dann sehen wir, am 2. November auch ich werde da wieder Livestream und ich habe vielleicht einen kleinen Überraschungsgast für euch. Also schaltet da unbedingt ein, beziehungsweise abonniert den Kanal. Ich streame auf YouTube. Wir hatten das letzte Mal 10.000 Zuschauer. Und die CPI-Daten im 10. November. Man kann jetzt schon erkennen, BlackRock sieht einen Pivot beziehungsweise Pivot Language im nächsten Meeting. Meiner Meinung nach ist der Pivot in dieser Situation, in der wir uns befinden, vielleicht nicht tatsächlich der Pivot, sondern bereits schon eine Pause. Vielleicht ist die Pause vom Hiken schon der Pivot, der so vom Markt beurteilt, bewertet wird. Denn wie bereits gezeigt, die Märkte erholen sich eigentlich immer, bevor sogar der schlimmste Zeitpunkt dann passiert in der Realwirtschaft. Aber wir können nicht mehr machen als abwarten und schauen, was passiert. Wie gesagt, in fünf Tagen ist es soweit. Es wird super interessant und super spannend, denn es entscheidet wahrscheinlich alles. Erstmal wie immer. Ich würde sagen, das Video ist jetzt schon viel zu lang. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Damit unterstützt ihr den Kanal und teilt es mit euren Freunden, damit sie verstehen, was aktuell hier für ein Krieg über die Hashrate, um die Hashrate und um die Kontrolle des Bitcoins stattfindet. Ansonsten könnt ihr auch gerne beim Podcast vorbeischauen. Hoss und Hopf, das war's. Wir sehen uns. Peace. Peace. Peace.